Cheerio, meine lieben Artwerker! Willkommen zurück zu My Time at Potsdam. Ich habe gerade so einen kleinen Aussetzer gesagt, wo bin ich jetzt noch mal? Hä? Wo bin ich jetzt noch mal? Ich habe keine Hände. So, was sagen denn unsere Arbeiten? Also, wir haben schon mal 10 Dinge hier stehen, das ist gut. Acht Steinziegel. So und so. Saumzuplatten. Dann meine drei Reihen da. So. Faserschaft ist fertig. Das heißt, wir können jetzt auch das letzte Fotoalbum machen. Boah, ich habe was gegessen, entschuldigt. Kleines Mittagessen gegessen. So, Komponenten. Ne, Gebautes war das. Wir haben da neue Fotoalbum ja hier. So. Ähm. Nein. Aber wir haben genug. Aber leider fehlt uns derzeit noch das Geld. Da können wir ja Dings der Kauf verkaufen gerade. Fällt mir jetzt mal so gerade spontan ein. Wir haben so viel vom Gebauten hier drin, was wir hier brauchen. Dat, 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 dat. Und dat. Könnten wir mal gucken, dass wir das verkaufen hier. Das auch. Die sind ja Wertsachen und so. Maximale Ausdauer plus zwei, wenn wir das jetzt platzieren. Warum nicht? So. Dann wollen wir mal. Pepper. Äh. Wer brauchte das Fotoalbum nochmal? Bäh. Ach ja, wir haben ja dieses Geisterfest. Jagdfest ja jetzt hier, ne. So. So. Da ganz oben. Das ist ja beim... Wir haben Freitag. Also es ist heute das letzte Mal, dass wir einen Auftrag annehmen können. Das können wir sogar über das Wochenende dann entlegen. Mann. Oh, diese Geister hier. Leider wird uns Higgings auch mal wieder alles wegschnappen gleich. Weil wir leider zu spät sind. Ähm. Ja. Wenn wir jetzt deinen Auftrag annehmen, können wir dann über das Wochenende fortführen. Ja. Klinik. Die, 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 die. So. Wo bist du denn? Da ist sie. Hi. Der Handelsauftrag. Die, 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 die. Zehn Uhr. Weißt du, kannst du trotzdem schon mal rein. Aber, äh, 17 Uhr gesehen rein. So. Dann verkaufen wir den Kram, den wir so haben. Hm, hm, hm. Ja, findet ja so eine Geisterjagd statt, wo wir mitmachen können. So. Yay. Hilfe, ich bin gefangen. So. So. Verkaufen wir Dinge mal. Und zwar. Können wir die verkaufen? Warte, das können wir verkaufen. Alle drei. Ah, wir können jetzt auch nur bei dir da verkaufen, wo man die auch annimmt. Wie hier zum Beispiel Klamotten. Einmal. Zweimal. So. Ja, wir haben 5.000. Wir haben 5.000 Leute. So. Wir haben tatsächlich 5.000 Leute. Ja, hier ging es tatsächlich schon in den Auftrag geschnappt. Was soll man machen? Das heißt, wir können uns endlich den Stall bauen. Juhu. 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 Dann jetzt erstmal ins Handelszentrum. Jetzt kommt. Hummercenter. Hummercenter. So. Was haben wir denn hier? Ah, wir brauchen dringend zwei. Was ist das? 2.000. Wir brauchen 6 Steinhocker für Schule. Bitte hilf uns da im Camp. Mhm. Okay, wir haben mehrere. Wir brauchen einen Lautsprecher. 2.733. Ich nehme den Lautsprecher an. Ja. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt 3.000 Gold. Das ist natürlich nice. Wir müssen danach natürlich wieder sammeln. Für weitere Einrichtungen. Also zunächst die Montagestation wäre eigentlich ganz nett. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm. Was ich wollte sagen? Hallo? So. Verbessern. 50.000. Pfff. Okay. Ich glaube, wir werden uns erstmal um das Haus kümmern. Dann, dass wir 50.000 für das Haus kaufen. Äh. Besorgen. Ah. Das ist doch im Grunde, dass ich hier bin. Und Mann. So. Ein Stall bitte. Ja. Bestätigen. Alter. Diese Steuerung, ne? Ah. Kann ich die Kamera auch bitte mal drehen? Ich sehe nichts. So. Sehr schön. Haben wir einen Stall. Ich könnte ja mal gucken, was wir für das Haus brauchen. Also 5.000 brauchen wir für das Haus. Das weiß ich. Aber wir brauchen noch mehr Sachen. So. 5.000 fürs Haus. Und was brauchen wir an Material? Da. Da. Ein Zuhause. Verbessern. Na. 10.000 Euro. 20.000 und Hartholz. 20 Hartholz. Okay. 20 Bronzebahnen. Schmeißen wir einfach mal in den industriellen Ofen. Die meisten Bronzebahnen. Und dann hat sich die Schose. Weißt du? Die Schose. Da. 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 Ja. Verbände können wir leider nicht selbst herstellen, ne? Irgendwas fehlte uns doch für die, für die, für die, für die, für die Munition. Was war das? Hier. Giftgeschosse. Genau. Bleibaren. Genau. Die müssen wir noch herstellen. Ähm. Bleibaren. Da sind wir. Fertigen bitte. Ja. Und davon 25 am besten. Wunderbar. Fertigen. Ja. 17 Stück. Ich denke. Ach. Hier ist das. Entschuldigt. 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 Einen Lautsprecher müssen wir machen. Ja. F F F. So. Einen Lautsprecher. Hä? Einen Laut- Lederhorn- Ich habe nur Lederhorn. Was ist denn ein Lautsprecher? Eisenpfanne, also ich habe jetzt nur das Lederhorn hier, Einzelsitz, den Lautsprecher, Stell noch ein paar halbe Metallkiste, Wassereimer, jetzt eine Spieluhr, Holzkomo, Hüße, ums. Einfache Wundsalbe. Stellt wieder 120 GP her. Oh, okay, jetzt weiß ich, das ist ganz gut eigentlich. Lass uns das mal herstellen. Ich muss dann definitiv auch nochmal ein Farmprodukt, also wir müssen nichts dort besorgen. Äh, bei Gruppon 2 hatte ich die Kühe drin, ne? Ja, hier. Ähm, Kräutertee wollte ich machen, genau. Haben wir leider alles verkauft, das ist jetzt, ich müsste Kräuter nochmal besorgen, ne? So, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den Küchen, Kühen hier? Bobs. Das ist ein Stall. Warum kann ich die nicht platzieren? Hallo? Stall? Toll. Ich kann irgendwie meine Kühe nicht im Stall platzieren, warum? Warum kann ich meine Kühe nicht im Stall platzieren? Was ist denn los hier? So, erstmal das, 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 das. Und danach vier. Ein Lautsprecher. Mal kurz zu den Komponenten gehen, um die anderen zu holen. Jetzt haben wir sechs, zwei fehlen noch, ey. Mann. Man muss noch warten, bis zum nächsten Tag. Ähm, 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 was ist denn da? Lautsprecher? Das ist ja ein Ghetto-Blast, das ist ja kein Lautsprecher. Gucken wir mal kurz ins Dings hier rein, ins... Ach, wir haben ein Level-Up, ja. Stimmt ja. Der war ja wasch... Ähm. Sind erhöht, Verteidigung. Machen wir mal die Verteidigung hier. Die Mission ist ja gut. Ähm, Lautsprecher. Steinofen, Schleifmaschinen, Töp, Töp-Transporter, was hat das? Ne, ne, nicht. Das sind... Ne, ne, haben wir auch noch. Ne, 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 haben wir auch noch. Ne, 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 ne. Montage-Station Level zwei. Nachsehen. Können wir nicht. So, was ist denn ein Lautsprecher? Ausrüstung, ne, Nahrung wird's auch nichts sein. Möbel. Kann das vielleicht ein Möbel sein, so ein Lautsprecher? Ähm, so sehe ich da jetzt nix. Fertigung. Leder. Also, wie gesagt, eine Lederhorn hier gerade. Was ist denn ein Lautsprecher dann? Kissenzettel, Jumbo-Räufen, Arbeitsstisch Level drei, das wär's, ja. So, Sprinkler, wasserdichte Lampe, Lupe, Windrad. Okay, auch nix, okay. Okay, 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 ja, schneiden. Lautsprecher schneiden wäre ein bisschen seltsam. Polieren genauso. Rohstoffe. Ja, ein bisschen seltsam, lautstraftvoll sprechend. Rohstoffe, ja, aber... Ja, man findet das schon wieder nicht. Also, wofür ist dieses Buch denn eigentlich gut? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir gehen aber gleich nochmal in den Laden, um uns ein bisschen Baumwolle zu holen. Was brauchen wir für einiges, wie es aussieht. So, das ist alles hier. Blaues Leder, Zimt, kleiner Silikonstilpei, Kohlefaser, ein Tierskelett, WTF, Kompressor. So, mhm, Anglerfisch, Topfas, Saphir, Schlanghaut, okay, Stahlrohr, Metallgefäß, verbessert Motor, Bohrerspitze, Magnet, Militärmotor, GE-Ship. Oh, hier steht es mal wieder nicht. Das ist toll. Ich finde dieses Menü unglaublich nutzvoll, muss ich gestehen. So, ähm, My Time and Ports, ja. Äh, Lautsprecher. Äh, Lautspeaker. Lautspeaker, Furniture, Assemblystation, Decoration. Assemblystation ist doch... Can be crafted with learning notes by your own, can be attained during mission pen bell infestation by giving... ...the whistle and beating for the arrival of the mayor. So, let's be in the boom, though, can be taken. Acht all together, oder? Was take in the other time, wo man will be wissen? Ach, nö. Wir können das erst am Ende des Jahres, den Lautsprecher. Weil wir jetzt nicht acht CD, sondern nur drei gegeben haben. Ach, das ist doch kacke. Moment. Ja. Du kannst den Auftrag ja schon mal vergessen. Nö. Kann ich hier den abbrechenden neuen nehmen? Ach, das ist ja Käse. Wo kann ich Lautsprecher auch kaufen? Das wäre nochmal eine weitere Alternative. Das ist ja kacke. Tschüss, Wende. So, hier beim Möbeln vielleicht oder so. Wub, bub, 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 bub. Okay, ist nichts. Nein. Leider nein. Leider nope. Ach, das ist so Käse. Überall sind diese komischen Geister hier. Hallo. Hey, Petra. Ah. Stimmt. Eioioioioio. Das nervt mir jetzt gerade so ein bisschen. Ja, was sollen wir machen? Wir gucken mal, ob wir das abbrechen können. Und einen neuen Auftrag, wenn nicht, dann haben wir dieses Wochenende halt frei. Also im Grunde tun wir dann gar nichts. Ich verstehe nicht, warum wir die Kühe da nicht reinpacken können. So, ist denn diese Gruppe nicht da? So, hier diese Firmen-Kirchenleute wegen dem Anschein nicht. Weil ich wollte ja eigentlich noch ein paar Baumwollsaat kaufen. Hallo. Hallo. So, dann jetzt einmal kurz Mission, so leid es mir tut. Buchpunkte minus 140, ja. Das sind wir mir klar. Ein Kochset kann ich auch nicht, weil ich habe keine Ahnung. Warte mal, bevor wir das annehmen. Moment. Werde ich das mal wieder googeln. My time at Portia. So. Kochset. So. Wie kann ich kochen? Das ist eine gute Sache. Kochset. Crafting Station can go mind various cooking. Crafting Station, Assembly Station. Ja gut, das haben wir leider noch nicht. Deswegen würde ich mal ganz ehrlich sagen, dass wir das dann auch sein lassen. Ablehen. Steinhocker. 272. Ja, warum? Dort zwei Eisen fangen. Komm, wir mal gucken. Ah, ja, gut. Gut, können wir nicht. Schade. Naja, haben wir das Wochenende frei. Können nix tun. Können nix tun, können nix machen. Außer andere Sachen. Da, 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 da. Aber wir sind im Sommer. Warum haben wir denn hier Halloween? Das ist so eine Frage einfach. Oh, schön. Einige Bleibaren sind hier schon. Nice. So. So, liebe Maschine. Dann schwing mal deine... Oh Gott. Ein. Einer fehlt. Eine Einbarung fehlt. So. Aber, wir können jetzt schon ein paar Giftgeschosse machen. 20 Mal kriegen wir hier. Fertigen. 16. Go. Gut. Na, 15 Stunden haben wir, kriegen wir 320. Oh, ho, ho. Nice. So. Ne, fehlt ein Kupfer, ein Bronzeware, Mann. Ja, am nächsten Tag sollten wir auf jeden Fall dann die ganzen Sachen haben. Ich will jetzt warten, bis eine Bronzeware noch verliert. Den haben wir so jetzt da und drüben zu. Wo habe ich den Stall eigentlich gebaut jetzt? Ich warte jetzt. Ich will einen Bronzeware haben. Gib mir. Gib mir. Ich glaube aber, dass wir auch demnächst wieder mal ein bisschen links sind dürfen hier. Ähm. Holzfarmen. Auf jeden Fall werde ich, wenn wir... Ich muss gar nicht angehen hier. Oh, was ist das denn? Wirklich. Auf jeden Fall müssen wir auch... Jetzt habe ich... Jetzt sind wir gerade im... Einige waren es, war es mir gerade auch verzungen. Jetzt habe ich es nämlich vergessen wieder. So. Oh, wir haben schon ein paar... Ja. Ich wollte eigentlich noch mehr fertigen. Nicht die ganze Zeit alles einzeln. Bereits voll ausgeschöpft. Okay. Bist du bereits voll ausgeschöpft? Haha. Diese Baumwolldienste. Dann können wir auch die Aufzuhlsteuerung endlich bauen. Oh, warte mal. Wir hatten noch den Stuhl, den ich platzieren wollte. Ihne Momente. So. Aber der gibt uns ja nochmal ein bisschen extra. So, weil ich das gemerkt habe. Guck mal hier. Vor dem Spiegel so. Ich gucke mich an. Oh, hier für den Spiegel. So. Gut. Abschlafen. Guten Morgen Tag der Erinnerung ist heute Okay Ich soll mich irgendwo anmelden Ich hab aber keine Ahnung wo So, Post Keine Post Bist du auch schon fertig hier? Ja Sehr schön Wir haben elf Weizen Fertigung abgeschlossen Alter, da hinten Fertig abgeschlossen Fertig abgeschlossen Fertig abgeschlossen Hier bitte Fertigen, Babs Jetzt schmeiß ich hier jetzt Äh, hoffenweise 50 Bronze Baren bitte Müssen wir natürlich auch wieder auftanken So Alter Hoffenweise Patronen, ey Das ist geil Ja hier ist zwar eine Kochstation Aber das ist jetzt nicht Letztlich Müll So Wir gehen jetzt erstmal in die Commercialhalle da Heute ist der Tag der Erinnerung Woho Melde ich mich hier an? Ich hab keine Ahnung I don't know Ich bin Handwerker Ich bin Handwerker Jo Guten Tag So, dann kontrollieren wir mal Ne Ich sah so anders gerade Also die Farbe war gerade irgendwie anders Und ich dachte Hä? Der stimmt doch was nicht Alter, ist das doch ja ernst? Wo soll denn da noch ein Fehler sein? Ah Der Eimer Ja, hier Der ist doch Ich muss sagen, der ist noch ein bisschen länger als der andere Die Lampe Ähm Ja Das ist ja ein bisschen größer hier Ah ja Und die Schleifsteine Hier ist eine Beule drin Ah, der ist schief Sehr schön Plusaufdruckpunkte Na, man hilft da gerne aus So ist das ja nicht Wo melde ich mich denn da an? Da kriegen wir wo die Nachrichten Was anmelden können? So Was? Da ist irgendwie so ein Foto zeichnet oder so Hier Seht ihr da oben? Wo ist das? Gruppenfoto Oh yeah Das ist ja cool Dankeschön So Sind jetzt diese verfluchten Dings fertig? Danke So Bam Endlich Meine Güte Das war ja Der war auch ein Krampf gewesen So Jetzt Aufzugsteuerung bitte Weg, weg, weg Weg, weg Da Bauen Gut Industrial Motor Und Silikonschip Bauen wir Bop, 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 bop Komponenten Da Ähm Da ist der Silikonschip ist eigentlich gar nichts gut soweit Komponenten Kopeneten Kopeneten So, nee Da Ähm Pflanzen, Baum und Pflanzenprodukte Ja, vier Ähm Dann noch Feder, Fell und Leder Wäre ganz gut, so Stoffe da reinpacken So, Eisenbahren wollte ich wohl Wir brauchen sechs Eisenbahren Und dann haben wir auch Die Aufzugssteuerung fertig, alter Läuft da wie geschmiert War ganz gut, dass wir in die Dings gegangen sind In diese tolle Ruine da hinten, so Ganz ehrlich würde ich bei dem Aufzug auch gerne eine Töv-Töv-Haltestelle bauen E-Sieger ist E-Sieger ist immer gut Das ist falsch So, so, so Da ist sie Eine Töv-Töv-Töv-Haltestelle Ach ja, wir brauchen wieder Bauungsplatten Ja, 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 ja Fertigung abgeschlossen Das freut mich ein Keks Können aber keine weiteren erstmal herstellen Ach, das ist doch Naja, zumindest haben wir sie jetzt schon mal in Auftrag Das ist das Wichtigste So Patronen sind fertig Das freut mich Ähm, Hartholzdiel müssten wir noch haben Warum Faserstoff und Hartholzdiel? So Und das wieder rein Hartholzdielen Also zu Holz Sandstein Erze Barren Holz So Hartholzdielen Ähm Bauen wir natürlich noch 20 noch davon Für Unser Häuschen So Bronze Rohr Haben wir ja auch zum Glück Hier werde ich schon mal ein paar Hartholzdielen reinbatschen Fertigen bitte Ach, Benzin aufgebaut Entschuldige So Jetzt aber Bop Kann ich nicht, weil uns noch das Vier Tage will der brauchen Das ist ja wunderbar So Dann erstmal wieder Holz hier rein Bobs Ähm 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 Ich wollte Dings holen Komponenten 2 Ach Gott Wir messen schon 2 davon Alter, wir müssten Im Grunde müssten wir echt Bronze Baren hier am Laufenden Band herstellen Wenn wir mal ganz ehrlich sind So Hier auch nochmal Zack Jetzt kann ich eigentlich Wie viele Bronze Baren man die ganze Zeit braucht Oh, was perfekt 2 Jetzt wir nur noch die Bronze Platten So Äh, den Rest musst du leider warten Also wenn wir Glück haben, können wir es bis zum Sonntag hingekriegt haben Ähm Ähm Lol Ich komm mit Oh Lass mir den Set Ich geh zu Sam Hey Sam Ähm So So und jetzt Das Ende der Langeweile Yeah Oh, die ist Level 26 Die hat sich gemacht, die Gute Die ist stärker geworden произошeln Bam Pada Tadeou Dan Wuh 还是 Endel ? go Nicht schlecht Der Spicht So, und jetzt? Hi Lucy! Mit dem Suchspiel. Grüßt an alle Partialen. Danke für euer heutigen Besuch. Aber wie ist es für alle Zimt im HK? Äh, was? Hier findet die Digitalisierung in Partial statt. Wir sind am Falle mit unseren verlorenen Familienfreunden. Das entspricht wir uns über die Geschichte des Änderungstags. Muss das sein? Und... Ach Gott. Keine Lust! Tschüss! Ich will lieber arbeiten. Guck mal, sogar Oma kommt so langsam hier an. Zeig schon ein bisschen versuche, die Gegenstände zu finden. Okay. Brauch schon wieder fertig hier. Ich glaub, zwei für jede Seite, ne? Sehr schön. So. So. Äh, noch eine Bronzeplatte. Genau. Zack. Perfekt. Dum dum. Dum 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 dum. Hallo. Geil. Ich find das geil. Da haben wir einen Schusswaffe sogar. So. Ist das Briefkasten schon wieder schief? Oder irre ich mich da so ein bisschen? Naja, ich brauch nicht leben. Keine Rohstoffe. Eine Stunde bis Versuch, äh, suche die Gegenstände. Aber wo, Bobby? Wieso? Oh. 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 Ähm. Wir gedenken. Eine Schweigeminute. Wenn dessen trinke ich mal ein bisschen drauf. Ah. Und schön gehen alle. Leute, wo geht ihr denn hin? Ich kann nichts lesen. Zu gewinnen Ereignisse der Tageländerung werden mehrere Gäste abzeichnet und verschiedenen Orten der Stadt verteilt. Die Teilnehmer müssen gegeneinander antreten und so viele Zeichen wie möglich sammeln. Was ist denn, wenn ihr das Spiel jetzt? Okay. Okay. Die besten drei Männer werden hier angezeigt. Und wenn du nicht unter den Tod treibst, wird dein Name unten in der Zeit. Kann die Stadtturm gefunden werden. Sie eignet sich gut zum Einschränken gegnerischer Bewegung. Okay. Schau mal auf, wenn die Geister in der Stadt herum. Pass gut auf. Wenn du von deinem Geist oder einer erschreckend sprichst, kannst du die letzte Abzeichen verdienen. Also werde ich ihnen unbedingt aus. Okay. Aha. Aha. Okay. Okay. wieder. Meins. Bereits sechs gefunden. Oh, ich bin dritter mit einem. Da. Nein. Ich dachte, ich könnte die abnehmen. Dankeschön. Dankeschön. Wirklichkeit. 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 Nein. Wirklichkeit. meins da ist auch meins meins vergiss es oh nein ach man so okay gegen die reißer kannst du so allgemein nichts machen gerade wo ne ich guck mal als scrubs irgendwie als scrubs okay mehrere nachher dann kann ich hier nicht abballern haha na komm okay ist nicht möglich wo ist Higgins da hinten der ist gar nicht higgins der hier führt der macht auch gar nicht mit wie es aussieht hahaha da hinten ist nur eins mann so so 38 45 bereits gefunden da oben sehe ich schon welche haha also diese andere ist echt gut wiese nochmal ich weiß nicht mehr wieder alter acht nein nein du Kuh Emily du Kuh sorry wenn ich das mal sage ich sehe nichts mehr leuchten ich sehe nichts mehr leuchten nein ich misse es schade naja 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 nicht gewonnen gar nichts ich kann mich mal ich geh jetzt nach hause ich bin beleidigt ne mein schwer kommt nicht auf die 5 jetzt kannst du schon mal knicken ich bin aber schon ganz schön lange dabei jetzt ne ich muss gleich mal hier beenden die Folge beenden aber erstmal packe ich hier noch ein paar nette Dinger hier in die Maschine so fertigen zwei Stück bam wir hatten mal 37 Minuten sind wir naja so hatten wir jetzt auch grad mal ein bisschen Spaß ne ich will ja nicht meckern deswegen meine lieben Freunde werde ich die Folge vorbei Hätte ich die Folge vor heute auch beenden ja am nächsten Tag werden wir dann die die ganzen ach nö die ganzen Dings hier ein 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 Dings ach man wo hab ich denn diese komischen ganzen Abzeichnungen gepackt jetzt ganz offen und ehrlich mal die sind doch auch bei Gebauten oder ja ja beim nächsten Mal werden wir uns dann um die Missionen kümmern die wir haben das wird auf jeden Fall ein Spaß wer das mal wenn ihr Paar bewerten könntet denkt doch an den roten Knopf der Handwerker und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bis dahin tschau tschau wow ja 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 die bei da die